Freut euch auf die extra lange Geschichte. Beginnen wir unsere Reise rund um die Wunderhauswelt. Erst geht's zum Eiffelturmklettern. Ich liebe die tolle Aussicht. Dann ins schöne Italien. Und schon noch zu Polino. Sieh mal. Weiter zu den Pyramiden. Ich bin ein ägyptischer König. Und bis nach China. Gute Güte, ein kleiner tanzender Drache. Die Wunderhausweltreise auf Disney Junior. Untertitelung des ZDF für funk, 2017